Yo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind in Hannover in der Gleis-Day-Skate-Halle. Und mega gerne alle zum Biken und Luis steht hinter der Kamera. Wir fahren heute in eine dicke Session hier. Mal gucken. Da vorne sehe ich auch schon die ein, zwei andere Dudes, die mit dem Bike da sind. Mal gucken, was heute so geht. Ich hab ein paar Tricks über die Box zu machen. Und ja, lass uns so geile Zeit haben auf dem Bike mit Luis. Luis macht heute Fronti über die Box, hat er gesagt. Genau, wir switchen mal zur Hilfkamera und filmen eine Runde POV. Let's go! Luis, fährt mal vor. Egal. Hopp, hopp mal rein. Hopp, hopp, hopp. Let's go! Hopp! 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 Ha ha ha! der war ja mal saukacke die mach ich nochmal ich dachte ich kann auch belastung der war cool extended Alter! Lüge macht jetzt Backlifts, auch aus dem Clio. Und ich zeig mal drauf. Guck mal was losgeht. Alter! 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 Alter, gar nichts mehr. Hier geht's. Erstmal in Straight. Oh! Ah! Nee! Fleisch! Okay, Luis will jetzt was auf dem Step Up machen. Ich zeig mal nicht was. Ich glaube, er zieht direkt durch. Weiter! Safe! Okay, jetzt muss ich ja auch mit irgendwas nachliegen, ne? Ja. Jetzt muss ich ja auch mit irgendwas nachliegen. Ja. Mach mir was. Äh... Dreierwiff. Alter. Ist ja egal. Ich probier. Ja, kannst du machen. Okay, Dreierwiff über Step Up. Wird ehrenlos. Luis droppt rein, macht den Sui auf der Box und dann den One Foot Cap am Step Up. Sorry. Okay. Viel zu gut. Wir lassen das erstmal mit dem Dreierwiff. Ich mach's dem ein Stück später nochmal. Dabei werde ich erstmal ein bisschen was anderes machen. Wir machen Sui auf dem Step Up. Hat übrigens mir grad getreut. Es kann keine guten Suis, deswegen... Es ist ziemlich eckig. Es geht Eier über die Box. Flache. oh, Alter Bodenlos Drei Scheiß Sui Was macht er? Yo Kuckuck Gain Verrückt war es aber, dass man da ist Davor einen Flip über die Box zu machen Ich teste einmal kurz an Wir machen Oppo Bar auf dem Stepper Safe Okay, come on Alter Ich habe vor Ich habe vor jetzt ein paar Lip Tricks zu machen Also Wir gehen an dieser Quarter da Da wo er gerade einen Air macht bzw. rumfährt Hätte ich Bock einen Bartap zu machen Und vielleicht auch hier vorne Weil gerade das Playout nützt Vielleicht ein Footchamp mal zu clean Weil den kann ich absolut nicht gut Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf Erstmal Claytap, dann Bartap Dann gucken wir mal an Funche Clip Berlateki Viel zu ernst Ja, Matep habe ich vorhin abgesetzt Deswegen nochmal Matep Das ist echt ein Inspekt, Alter. Ich hab mir gesagt, ich will Futsche machen. Ich glaub, den mach ich machen. Ich habe mich, wie ich. Ich hab mich. Ich hab mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Musik 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 Ich glaube, Luis versucht, Downside-Win oder an den Fingerwhip. So, Jungs, ich habe das Auto dort leider vergessen. Besser als gar kein Auto, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, wenn ja, lasst ein Like da. Mir hat es richtig getaugt, mal Indoor-Dicke-Banger zu zünden. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal, habt da rein. Peace!